Leider aktuell, gestern Morgen, bin ich aufgewacht, so wie einige von euch, und haben die Welt wieder ein bisschen anders vorgefunden, als nur wenige Stunden vorher. Völlig unerwartet, eigentlich unangekündigt, muss man auch sagen, was drüben in Israel und Palästina gerade passiert. Viele sagen seit Jahrzehnten nichts mehr dergleichen. Beispiellos. Und ich möchte euch zu Beginn, bevor wir zur heutigen Botschaft kommen, ich werde nächste Woche eine ganze Botschaft zum Thema Israel und Palästina bringen, kommenden Sonntag, den 15. Oktober, werden wir über dieses Thema eindringlich und eingehend sprechen. Aber ich möchte heute natürlich ein paar Worte sagen, bevor wir zu unserer Botschaft kommen. Im Psalm 122 steht, Bittet für den Frieden Jerusalems. Lesen wir das bitte laut gemeinsam. Bittet für den Frieden Jerusalems. Es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Also ich glaube, es gibt keinen Zweifel, auf welcher Seite wir stehen. Liebt Gott alle Menschen? Um Himmels Willen. Die armen Leute auf beiden Seiten, aber wir stehen auf der Seite Israels. Es ist Gottes Volk, es ist Gottes Nation. Und es soll denen wohl ergehen, die Jerusalem, die Israel lieben. Seid ihr noch wach? Ganz, ganz wichtig. Friede sei in deinen Mauern und sicher Ruhe in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde Willen sage ich, um des Hauses des Herrn unseres Gottes will ich dein Bestes suchen. Wir suchen das Beste für Israel, für Jerusalem. Wir wissen, dass dort kaum Frieden herrscht seit 1948 und auch schon vorher. Aber Gott hat einen Plan auch dort und er wird überwinden. Er wird siegen. Der Sieg gehört unserem Gott Jahwe. Und das müssen wir verstehen. Darum bitte ich euch jetzt nochmal aufzustehen. Wir werden gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir als Gemeinde, als Church, als Oase. Und wir kommen zu dir im wunderbaren Namen Jesu. Und wir bringen dir alle Menschen, die dort jetzt leiden, die in Gefahr sind, auf beiden Seiten. Sowohl Israel, wie auch den Palästinensern. Und wir bitten dich, dass du dein Volk aufrichtest. Dass dein Wille geschieht. Dass dein Plan dort überwindet und siegt. Wir beten, dein Wille und dein Reich komme dort in dieser Region. Gott, du bist der Allmächtige. Und es geht um ein Stück Land, das du deinem Diener Abraham schon versprochen hast. Dass du David zugesagt hast. Wo unser Herr und Meister Jesus wirkte und für uns gestorben ist. Dieses Land, das so wichtig ist. Historisch, archäologisch, politisch, geschichtlich, in jeder nur erdenklichen Weise. So ein entscheidendes, kleines Stück Land. Es gehört dir und wir danken dir dafür, dass dein Wille dort geschieht. In Jesu Namen. Und wir deklarieren. Wir beten für Jerusalem. Wir wollen das Beste für Israel. Wir lieben dieses Volk und wir suchen ihr Bestes. So wie es im Psalm 122 gefordert wird von jedem, der dir folgt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. Wir müssen als Christen immer wieder verstehen. Egal was in der Welt passiert. Gott ist souverän. Es hat ihn nicht überrascht. Er ist nicht verblüfft oder sonst irgendetwas. Und was wir auch verstehen müssen. Wir hassen niemanden. Unser Glaube an Jesus erlaubt es uns nicht, irgendjemanden zu hassen. Und wir lieben alle Menschen. Amen. Amen. Alle Menschen. Wir sind nicht gegen Menschen. Aber wir wollen das, was Gott will. Und er soll natürlich alle zur Rechenschaft ziehen, die gegen sein Volk und gegen ihn auf so unerdenklich böse Weise verstoßen. Ich möchte euch ein paar Gedanken mitgeben. Wie gesagt, nächste Woche werden wir ausführlich darüber sprechen. Aber das Erste, was du verstehen musst, ist, dieser Krieg von Hamas gegen Israel hat etwas oder beinhaltet etwas Außergewöhnliches, Beispielloses. Nämlich das Nehmen von Geiseln. Und die Raketen, die abgefeuert wurden, dienten mehr oder weniger als Deckung, um dann Geiseln zu nehmen. Und das nehmen die Israelis, die Israeliten sehr, sehr ernst. Das nehmen sie so ernst, weil für die ist jeder von ihnen ein Sohn oder Tochter des Landes. Sie nehmen das richtig, richtig, richtig ernst. Und deswegen können wir erwarten, dass es eine Antwort geben wird, eine Reaktion geben wird, die auch außergewöhnlich sein wird. Es wird allerdings ein nicht so schöner Kampf oder Krieg. Aber wir können davon ausgehen, aufgrund der Geiseln werden sie alles daran setzen. Und nicht normal vorgehen oder die linke oder rechte Wange hinhalten sein. Das Geiseln nehmen ist etwas Beispielloses. Und es wird eine andere Reaktion von Israel hervorrufen. Macht euch darauf bereit. Das Zweite, was man verstehen muss, ist, dass das Ganze von Gaza kommt. Und Gaza wurde ja den Palästinensern überlassen oder übergeben und eigentlich als Test. Und du musst verstehen, ich war in Libanon, ich war in Israel, ich war in Palästina viele Male. Und wenn du dir das genau anschaust, siehst du ganz deutlich, Israel reicht den Nachbarn die Hand. Aber die wollen nicht. Und das ist die Wahrheit, liebe Freunde. Die wollen nicht. Und wenn du glaubst, die Palästinenser wollen und die sind so arm, dann täuscht du dich. Die wollen nicht. Die wollen Israel weghaben. Die wollen keine Landteilung. Die wollen nicht, hey, okay, machen wir 50-50. Nein, Gaza war ein Test. Gaza wurde den Palästinensern übergeben, um zu schauen, ob dieses, wir geben euch ein bisschen Land für Frieden, funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Und es wird nicht funktionieren. Je mehr Israel gegeben hat, umso mehr wurde gefordert und gekämpft. Du musst verstehen, die Palästinenser wollen keinen Frieden. Die wollen alles oder nichts. Es ist eine Terrororganisation Hamas und nicht irgendeine politische Partei. Es ist eine Menge von Terroristen. Okay, ganz wichtig. Und Land für Frieden, was Israel probiert hat, hat nicht funktioniert. Gaza hat das bestätigt. Und offiziell geht es so oder inoffiziell, keine Ahnung, aber es geht so ein bisschen um die Moschee auf dem Tempelberg. Die Moschee auf dem Tempelberg, wenn du schon mal in Jerusalem warst, auf diesem Tempelberg, der eigentlich, auch das ist sehr interessant, der eigentlich in israelischer Hand ist. Trotzdem hat Israel ihnen diese Moschee zugestanden und überlassen. Aber die geben sich wiederum nicht zufrieden. Du musst eines wissen. Sie machen irgendwie die Moschee, diese große Moschee, den Felsendom auf dem Tempelberg, als die Grundlage ihres Krieges. Warum? Ganz einfach. Weil sie damit andere Moslems und andere islamische Länder mit ins Boot holen wollen für ihren heiligen Krieg. Verstanden? Ganz wichtig. Sehr, sehr strategisch. Denn wenn es jetzt nicht nur um uns Palästinenser geht, sondern es geht in Wahrheit um die Moschee. Es geht um den Islam. Plötzlich werden sich vielleicht andere Nationen, die gegen Israel sind, miteinschleichen. Und warum sie gerade jetzt die Moschee so in den Mittelpunkt, es gibt keinen Grund dafür. Es gibt keinen Grund, es gibt keinen Anlass. Dass Israel hat sich mehr oder weniger immer friedlich verhalten. Das nächste, was ich festhalten möchte, ist, dass du mit folgendem auch rechnen musst. Israel wird in den nächsten Wochen und Monaten auch von den Medien als geschwächt dargestellt werden. Wie kann das sein? Jetzt im Moment, auch heute, ich war ganz überrascht, überrascht nicht, aber selbst der ORF, der ja ganz links angesiedelt ist, selbst der ORF sagt genau, was ich gerade sage, mehr oder weniger. Wenn du dem Schallenberg zuhörst, ganz genau, identisch fast, mehr oder weniger. Also du wirst sehen, dass Israel jetzt natürlich die Reaktion zeigen wird, die Antwort geben wird und das wird Zeit brauchen. Die Hamas haben ganz schnell gehandelt. Sie haben Raketen abgeschossen, sie haben Geiseln genommen und Israel wird jetzt reagieren und es wird lange dauern. Und je länger es dauert, umso böser wird Israel dargestellt werden. Glaub es mir. Genau das wird passieren. Umso böser wird Israel dargestellt werden. Oh, die armen Palästinenser. Natürlich sind die Kinder und die Unschuldigen arm. So wie in der Ukraine oder in Russland sind auf beiden Seiten die Menschen arm. Amen. Gott liebt sie alle. Du musst wissen, je länger das jetzt dauern wird und je mehr Israel sich verteidigen wird und rechtfertigen wird und attackieren wird und Antwort geben wird, umso mehr wird Israel medial immer schlechter dargestellt werden, weil sie so böse sind und sich dagegen aufhören. Das wird passieren. Heute hörst du eigentlich, selbst der amerikanische Präsident spricht, eigentlich was ich jetzt sage, das wird sich wandeln mit Zeit. Weil Israel dadurch, dass jetzt, die haben einen Tag, die Menschen denken so einfach, so falsch. Sie erinnern sich nur, Hamas hat einen Tag was getan. Aber Israel, das wird ein Prozess sein. Und dieser Prozess ist wichtig und richtig. Aber marke meine Worte. Israel wird in den nächsten Wochen und Monate immer mehr geschwächt dargestellt. Versteht ihr das? Es wird passieren. Und dann wird folgendes passieren. Dann wird es halt die Überscheiden geben. Auf Instagram, auf Facebook, in den sozialen Medien, die dann Anti-Israel-Postings machen. Pro-Palästina, die Armen, ein Prozess. Weil die Leute so schnell vergessen, was gestern und heute passiert ist. Und wenn du dich beteiligst an Pro-Palästina-Postings, Hashtags, Instagram, Facebook etc. Wenn du dich beteiligst an gegen Israel-Postings und so weiter, Pro-Palästina, dann trägst du zum Konflikt bei. Dann bist du ein Beteiligter dieses Krieges. Und zwar auf der falschen Seite. Amen. Drum lass das. Lass dich nicht verleiten von ORF und Co. Lass dich nicht in die Irre führen von den Medien, die eine klare Agenda haben, wie immer. Und geh dann plötzlich und sag, die haben eh recht, die Armen-Palästinenser. Nein. Wir nehmen davon Abstand. Amen. Wir beten Jerusalem. Wir sind Pro-Israel. Wir lieben Gottes Volk. Es ist Jakob, Isaac, Abraham, unsere Vorfahren David und der König von Judah und Jesus Christus. Der König aller Könige. Amen. Noch einmal. Gott liebt alle Menschen. Egal, ob sie einen ukrainischen Pass haben oder einen russischen. Ob sie einen Israeli-Pass haben oder einen Palästinenser-Pass. Ja. Das, was du verstehen musst, das sind nicht die individuellen Menschen, es sind Terroristen am Werk. Okay? Wohl. Und ein kronend. Wohl. Das. Untertitelung des ZDF, 2020